Hallo, ich heiße Yasmin und das ist meine Cousine. Hallo, heute, darf ich noch kurz was sagen? Also heute werden wir Yasmin's Zimmer zeigen, wenn sie das noch nicht gemacht hat, oder? Hast du das schon gemacht? Nein. Okay, heute werde ich ihr Zimmer zeigen. Wenn ihr euch wundert, was das ist, wir haben uns angemalt. Zeigt mal deins, Yasmin. Oh, nicht diese Hand. Diese Hand. Bisschen. Also ich hab mehr, aber egal. So, ich werde alles vorstellen und sie wird filmen, okay? So, dann fangen wir mal an. Komm. Und drehen, die Kamera. Kamera umdrehen. Kamera umdrehen. Ich hab's, okay. So, wenn man hier reinkommt, zeig mal, zeig mal hier, die Tür. Dann sieht man hier die Tür, was sie jetzt mit alles verbaut hat. Diesen Sticker finde ich sehr, sehr schön, aber das können wir uns jetzt nicht von Namen zeigen. Dann haben wir hier den Schuhranzen von mir und mir. Da könnt ihr auch mal reingucken, kurz. So, stopp. Dann haben wir hier Kleidung. Und hier unten, gehen wir einmal schockwerk runter, haben wir eine Süßigkeitenbox. Da ist, äh, Jellybean drin. Das ist sehr eklig. Manchmal schmeckt es auch sehr lecker. Und noch sogar ein Nikolaus. Naja, den werde ich essen. Das esse ich jetzt? Nein, das will ich essen. Du hattest schon Schokolade. Okay. Dann haben wir noch, warte, hier haben wir dann noch Knete, also Slime oder Knete? Äh, ganz coole Knete, die haben wir euch auch schon mal, also auf dem Kanal, glaube ich, schon vorgestellt. Wenn nicht, werden wir es noch vorstellen. Dann haben wir hier einen Helm ganz hinten. Und drunter. Drunter haben wir so eine kleine Box, damit kann man Armbänder basteln. So, der Helm ist von Disney Princess. Hallo. So, dann haben wir hier noch einen Rucksack. Das ist vollgepackt, glaube ich, mit Babybomb-Kleidung. Mhm. Sie hat ja auch die Babybomb. Dann haben wir hier einen Regenschirm von Violetta. Äh, eine coole Puppe. Ja. Stopp dir. Und unter der Süßigkeitenbox, passt mal auf, ist das hier. Ihre Basteltüfte. Also, ich hebe es mal auf, damit ihr es besser sehen könnt. Sie, das ist vollgeklebt mit Stickern. Das ist so schön. Und von hinten fängt es auch mal. Die werden wir euch sicher noch einmal vorstellen. Die hat das Min bestimmt noch nie auf dem Kanal vorgestellt, oder? Mhm. Deswegen werden wir es vorstellen. Zeigst du mich mal bitte? Zeig mich mal. Also, wir werden euch diese Box auf jeden Fall noch mal vorstellen. Dann stehen wir mal auf. Also, hier haben wir dann noch Taschen. Hier haben wir... Huch. Das ist mir gefallen. So. Hier haben wir ein Mikrofon. Das hat sie zu Weihnachten bekommen. Das kann man auch vorstellen. Das werden wir euch auch noch vorstellen. Dazu dann halt diese Kitare. Damit machen wir immer Musik. Huch. Und noch diese kleine Box. Damit kann sie immer alles abspielen. Aber die funktioniert jetzt nicht, ne? Die hat sie, glaube ich, ein bisschen zerstört. Dann haben wir hier eine Kommode. Da haben wir hier, ähm... Wie heißt sie? Sternstolbchen. Das ist Sternstolbchen. Die hat euch Kati bestimmt auch mal auf dem Spielmütnerkanal vorgestellt. Aber egal. Das hat sie jetzt auch. Das hat sie schon länger. Glaube ich. Dann haben wir hier ein Poppy-Rucksack. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr können gerade sehen soll. Also, das ist ein Rucksack. Kannst du es mal zeigen? Warte. Nein, ich kann es. Ich kann es. Ja, sie sehen es. Also, jetzt sehen sie es. So. Dann haben wir da drüber Katzenohren. Das muss ich nicht zeigen. Doch. Ich muss alles zeigen. Dann ist hier Krümelmonster. Kekse. Kekse. Mein Krümelmonster. Den Kindern musst du doch die Kekse lassen. Gut. Dann haben wir hier eine Barbie. Die werden wir, glaube ich, auch nochmal vorstellen, wenn du sie noch nicht vorgestellt hast. Oder? Ja. Dann haben wir hier noch andere Barbies. Ein Pferd. Ein wundervolles Barbie-Pferd haben wir hier noch. Das ist aus Plastik. Und da ist noch eine kleine Spange drin. Das kann man hier so bewegen. Dann haben wir hier eine Kutsche. Warte. Ich zeige doch alles. Also hier, das Sternenstäubchen gehört zu der Kutsche dazu. Da haben wir Anna drinnen. Aus Froseln. Die kennt er. Hallo. Hallo. Nein. So. Dann haben wir hier Elsa. Zwar in einem anderen Pro. Look. Aber egal. Dann haben wir hier Schneewittchen. Sie können ja jetzt nicht so gut sehen. Also Schneewittchen im Rock. Sieht nicht so oben aus. Dann haben wir hier... Warte doch mal. Dann haben wir hier Frankie Stein. Das ist Frankie Stein. Lass doch los. Ich halte sie doch. Ich tue sie doch. Das ist Frankie Stein. Hast du die schon mal vorgestellt? Ja. Also wir stellen euch alles noch in ihrem Zimmer vor. Also nicht alles, aber ein paar Sachen, oder? Wir zeigen dann noch den Slime, wie das geht. Bitte. Ich tue es eben nicht auf YouTube. Hm? Ich tue es eben nicht auf YouTube. Ja und? Also. Und dann noch ein kleines Playmobil einholen, oder? Das ist von Playmobil. Müsst du immer so meckern? Und den Rest kann ich Jasmin zeigen. Und denn wir haben so eine Barbie. Und dann wir haben so einen Stuhl. Denn wir haben so eine schöne Puppe. Ja, jeder weiß, dass sie schön ist. Und das... Was hat sie von mir bekommen? Nein! Das habe ich... Das habe ich dir geschenkt. Und da ist eine... So eine... Pferd... Ja. Playmobil... Zeug... Und... Wir zeigen euch jetzt nicht alles von ihrem Zimmer. Sie hat so viel Spielzeug. Aber das Highlight, glaube ich, von ihrem Zimmer ist... Wo ist dein Hatschino? Ja, das ist aber der Highlight. Also den Highlight zeigen wir euch jetzt nicht. Weil es geheim ist. Ne? Gell? Der Highlight ist geheim. Zeigen wir nicht. Also. Wir sehen uns dann auf Jasmine Dance. Oder? Ja. Also auf Jasmin ihr Kanal. Peace. Ich muss noch ein bisschen mit dir reden. I am super sorry if you didn't understand. Because this was on in other language. And I am super sorry if you didn't see everything. Warte! Also, äh... Dann noch eine Sache. Äh... Abonniert doch bitte den Kanal... Cute Baby Hannah Majesty. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch... Natürlich die Lace-Bade abonnieren. Das ist zwar nicht von mir. Aber... Trotzdem. Und ihr könnt auch noch den Kanal Valjana abonnieren. Danke. Dann zeigen wir nämlich alles, äh... Was mit Valjana zu tun hat. Und dann... Ciao. Bye guys. Bye guys. Bye.